Ach, wo ist mein Tabasco-Kopftuch? Nimm doch die Power Ranger. Warum sollten die Power Ranger so ein guter Glücksbringer sein wie Tabasco? Weißt du noch, wie der Kontakt zu Sordern abgeschnitten war und Megasor zerstört wurde? Wieso habe ich die Folge verpasst? Oh, stimmt ja. Ich habe mit einer Frau geschlafen.